Nach diesem Video wirst du genau wissen, worauf es ankommt. Heute analysieren wir Sui und auch Solana mit anderen Blockchains. Was wird wichtig sein? Wichtig wird sein, dass wir diesen ganzen Hype rund um Sui mal herausfiltern. Denn manchmal, wenn man das Echo herausfiltert, wenn man den Hype herausfiltert, wird letzten Endes nicht viel übrig bleiben. Und genau darauf kommt es an. Du sollst als Investor deinem Geld nicht einen hohen Risiko aussetzen. Und heute werden wir gemeinsam genau die beiden Blockchains miteinander verbinden. Wir werden uns die einzelnen KPIs anschauen, worauf es ankommt. Denn ich meine, ein Hype ist natürlich auf Grundlage dessen, dass ein Grailscale ein Sui in ihrem Korb mit aufnimmt. Schon eine beeindruckende Sache, aber was ist eigentlich dran? Und heute werden wir genau das im heutigen Video durchanalysieren. Wie immer freut es mich sehr, dass du dabei bist. Wenn dir diese Art von Video gefällt, Like dalassen. Deine Gedanken in die Kommentare dalassen und auch ein Abo dalassen, wenn du neu auf dem Kanal bist. Okay, liebe Investoren, ich möchte euch gerne mal eine Frage mitgeben. Und zwar geht es um die Blockchain-Analyse. Es gibt eine Sache, die für eine Blockchain extrem wichtig ist, die aber auch Aussagekraft darüber haben wird, inwiefern preislich eine Blockchain nach oben hin explodiert, preislich, oder ob das Ding scheitert oder nicht. Und ich würde eine Sache sagen, es geht nicht um ein Binance-Listing, es geht nicht darum, dass ein Grailscale ihre Interessen gegenüber Blockchain XY bekundet, oder es geht nicht darum, wie viel XY KPIs soweit ermittelbar sind, sondern es geht nur um eine Sache, und zwar wie häufig wird diese Blockchain genutzt. Es bringt nichts, wenn du die beste Blockchain, die innovativste Blockchain der Welt hast, aber kein Mensch nutzt es. Wir werden schauen, inwiefern Sui das Zeug hat, auch einen Solana soweit zu schlagen. Und warum ist Solana so gut? Weil dieser ganze Retail-Markt, der ja irgendwie in Crypto-Space ausgeblieben ist, vorwiegend auf Solana ihr Unwesen treibt. Auch dieser ganze Meme-Coin-Space findet aktuell auf Solana statt. Das heißt, wir haben viel mehr Transaktionen, viel mehr User, wir haben natürlich pro Transaktion weniger Geld, aber wir sehen einfach, dass auf Solana, dieser ganze Retail-Markt, ja, das Ding mit Kursant aufgenommen hat, auch preislich in eine Richtung befördert hat, wo sich viele andere Blockchains darüber freuen würden. Ich meine, es ist Fakt, dass auch Sui sehr, sehr viel Hype ausgesetzt ist. Kaito hat darüber berichtet. Kaito ist eine sehr, sehr krasse Plattform, wo man einfach dieser ganze Mindsharing, also wie präsent ist dieses Projekt im Crypto-Space, einfach das Ganze abbilden kann. By the way, eine Monatsmitgliedschaft kostet 1000 Dollar, ist mir leider zu teuer, deswegen beschränke ich mich immer nur auf das, was sie aktuell auf ihrem Twitter-Space posten. Aber Fakt ist, wir haben sehr, sehr viel Hype und in Krypto wird häufig auch vieles mit Hype gesteuert und wir dürfen auf genau diesen Hype nicht reinfallen. Denn was passiert, wenn wir auf oder in einer Phase investieren, wo ein Projekt sehr, sehr viel Hype erfährt? Natürlich werden Exit-Iquidität sein, denn wir wissen nicht, wann der Hype abklingt. Und wenn der Hype abklingt, dann kann ich eins sagen, dass dieser ganze Preis, den wir vor Wochen gesehen haben, einfach Krypto-Pornografie für uns bedeutet hat. Und eine Sache kann ich auch nochmal hinzufügen, vergangene Kursentwicklung ist niemals ein Garant dafür, für zukünftige Kursentwicklungen. Es ist sogar davon auszugehen, dass, wenn wir so einen grünen Dildo sehen, dass ja bald auch der hier kommen sollte. Deswegen vertraut nicht immer darauf, wie die Preise der letzten Wochen oder Tagen auch waren. Vertraut lieber darauf, wie eigentlich eine Blockchain Probleme lösen möchte. Also Fakt ist, Grailscale hatte sich für SUI entschieden und hat SUI hier hochgelobt. Das finde ich extrem bemerkenswert, wenn wir mal, ich muss mal ganz kurz nach dem, boah hier, das war das hier, hat sogar SUI hochgelobt und zwar mit Hochleistungsinfrastrukturen und hat sogar positiv über die Transaktionsgeschwindigkeit berichtet. Das ist eines der Punkte, was SUI gegenüber anderen Blockchains tatsächlich auch verspricht und zwar eine maximale höhere TPS-Transaktion die Sekunde gegenüber anderen Blockchains. Ich denke, wenn SUI jetzt sagt, 297.000 Transaktionen die Sekunde, ist das schon ein echter Garant dafür, dass hier schon, wenn das ja auch praktisch umsetzbar ist, auch sofort ein Solana mit überholen würde. Aber wir haben eben nur die Theorie. Ich meine, die Theorie ist ja, dass maximal eine Transaktion die Sekunde von 297 TPS überhaupt gewährleisten kann. Aber die Realität sieht nämlich ganz anders aus und zwar sind das hier alle Blockchains, die es gibt. Und wir sehen, diese Blockchains sortiert nach Transaktion die Sekunde. Und wir sehen, dass tatsächlich selbst Solana mit einer Transaktion die Sekunde von 764 Transaktionen sogar die schnellste Blockchain weltweit ist, gefolgt von OP, BNB, also Binance Smart Chain, Layer 2 Solutions, Stellar, Tron und Nier. Und somit ist aber auch maximal bei Solana erreichbar 7200 Transaktionen. Und sie kommen selbst nicht ansatzweise in die Richtung und trotzdem sind sie mit 764 Transaktionen die Sekunde viel schneller als alle anderen Blockchains. Sodass ergo, wenn Sui es schafft, nicht nur theoretisch, sondern praktisch eine 297.000 Transaktionen die Sekunde zu validieren, also damit endgültig zu machen, dann wird unweigerlich sofort Solana abgelöst. Aber die Realität ist auf unserer Seite, deswegen sollten wir immer auf diese Werte so weit blicken. Es gibt natürlich durchaus andere Möglichkeiten, um zu identifizieren, inwiefern eine Blockchain mit Kurshand aufgenommen wird oder nicht. Hier machen wir nämlich folgendes und zwar wir analysieren Sui, Solana, Base, Ethereum, ABDOS und Nier. Ich denke, das sind so die gängigsten Blockchains und für mich auch die wichtigsten, wenn wir eine mögliche aussagekräftige Meinung gegenüber einer Blockchain treffen möchten. Wir haben jetzt hier die täglichen Transaktionen. Bemerkenswert ist, dass Sui am 7. Oktober, schaut euch das mal an, so, am 7. Oktober auf Platz 1 der täglichen Transaktionen gewesen war. Ich mache mal folgendes. Ich will mal ganz kurz hier ABDOS ausblenden, weil hier hatte ABDOS irgendwas gehabt, was die Transaktion am Tag in die Höhe schießen lassen hat. Ich möchte einfach dieses Echo hier mal rausfiltern und nehme mal ABDOS raus. Dann sehen wir einfach, ja, seht ihr das? Dann ist es einfach viel, viel übersichtlicher für uns. Und zwar sehen wir am 7., dass Sui insgesamt 42 Millionen Transaktionen am Tag validiert hat. Und genau das zeigt natürlich nochmal, dass immer wieder, wenn es eine Blockchain schafft, andere Blockchains zu übertrumpfen, dass der Markt erstmalig auf genau diese, ja, Protokolle aufmerksam wird, auf diese Blockchains aufmerksam wird. Da wird immer auch viel Hype dann auch generiert. Und ich meine, jeder kennt es, wenn ihr lange im Cryptospace unterwegs seid. Mittlerweile muss ich aber auch fairerweise sagen, Solana mit 44 Millionen Transaktionen am Tag liegt Sui sogar auf Platz Nummer 2 gegenüber Base, Near und so weiter. Das finde ich tatsächlich beeindruckend und stark, dass Sui immer noch auf Platz 2 ist und kurzzeitig sogar auch Solana überholt hat. Aber man muss hier auch ehrlich mit zu sich selber sein, dass Solana hier nach wie vor eine wunderbare Entwicklung rund um die Transaktionen auch nachhaltig immer wieder gezeigt hat, dass auch, ja, der ganze Retailmarkt eben auch ihr Unwesen auf Solana so weit treibt. Blicken wir hier mal darauf, was eigentlich der Markt will. Das können wir im Grunde perfekt hier so weit ableiten, denn das sind die dezentralen Exchanges wie Orca, IoniSwap, Radium, PancakeSwap. Hier siehst du im Grunde, wo eigentlich am meisten getradet und gehandelt wird. Nach wie vor führt Orca, wir haben ein Weekly Change von 1500 Prozent. Das heißt, in den vergangenen Wochen hat sogar das Volumen auf Orca um 1500 Prozent zugenommen, wobei bei, ja, Uniswap in 8,99 schon sehr, sehr dürftig ist mit Radium 56 Prozent. Aber schauen wir mal auf Cetus, das ist die führende Suidex, die hat nur 57 Prozent soweit eingenommen und da haben wir ein Volumen von insgesamt 190 Millionen. Wenn wir auf Orca schauen, sind es 18,8 Milliarden US-Dollar und das hier ist schon ein Unterschied. Was ich damit sagen will, ist einfach, und zwar da, wo am häufigsten Volumen erzeugt wird, ist der Ort, wo es am häufigsten genutzt wird. Denkt meine Worte am Anfang des Videos, eine Blockchain, die häufig genutzt wird, ist immer die bessere Blockchain, weil sie mehr Wertigkeit hat und viel mehr User auch inne hat. Schauen wir auf, das TVL ist aktuell abnehmend. Wenn wir auf das gebridgte Volumen schauen, dann sehen wir auch einen negativen Trend, also wie viel Geld wird auf eine Blockchain raufgebridged. Wir sehen auch, dass Grailscale Sui mittlerweile in ihrem Trust Fund mit aufgenommen hat und lobt auch die Hochleistungsinfrastruktur und auch die schnelle Transaktionsgeschwindigkeit um 80 Prozent. Das ist auch nochmal ein sehr, sehr positives Zeichen gegenüber Sui, aber wie gesagt kein Garant dafür, dass es preislich steigen wird. Und wir haben, wenn wir auf die unterschiedlichen Westings schauen, auf die Tokenomics schauen, ist das auch ein Punkt, wo wir genau das hier auch berücksichtigen sollten. Aktuell beginnen die Westings und trotzdem hat Sui einen sehr, sehr starken VC-Finanzierungsrunde hinter sich. Und das bedeutet, umso höher wir auf der einen Seite die Westings haben, umso stärker muss die Nachfrage sein, damit diese Westings gegenstandslos betrachten wird. Aber, und das ist jetzt auch nochmal eine extrem wichtige Sache, die Nachfrage nicht angekurbelt, dann haben wir hier mit einem sehr, sehr starken Verkaufsdruck zu rechnen. Und auch hierzu gibt es einen Punkt, den ich gerne ansprechen möchte. Und zwar ist es die Programmiersprache-Move. Ich denke, es ist auch nochmal eine ganz, ganz wichtige Sache, sich genau mit solchen Themen auseinanderzusetzen, denn die Programmiersprache ist ebenfalls ein sehr, sehr wichtiger Punkt, den wir als Investoren in Bezug auf eine Analyse einer Blockchain berücksichtigen sollten. Es bedeutet im Grunde, dass aktuell auf Solidity, auf EVM, also Ethereum Virtual Machine, ja, das Ganze, diese ganzen Entwickler dominieren. Und deswegen haben wir auf Ethereum immer wieder bessere Apps als auf Solana. Wir haben immer mehr bessere Debs und immer mehr Entwickler, die einfach diese ganzen Debs verbessern können. Das ist auch nochmal ein zusätzlicher Punkt, warum eigentlich Ethereum gegenüber Solana stärker ist, weil wir einfach die besseren Debs haben und viele Entwickler haben und somit einfach mehr Möglichkeiten haben. Auf Solana ist es die Programmiersprache Rust. Rust ist ähnlich wie Solidity, also ein Entwickler, der, ja, Solidity kann, wird unweigerlich auch Rust beherrschen können. Deswegen ist auch Solana Nummer zwei, wenn es um die wichtigsten Blockchains geht. Und Move hingegen ist so konzipiert, dass die Entwickler relativ einfach einsteigen und mit Entwicklungen beginnen können. So, die Kehrseite der Medaille ist, leider, leider, ich muss jetzt diesen Zahn ziehen, dass tatsächlich Move eine relativ neue Sprache ist und das Ökosystem stark von einer Handvoll von Entwicklern abhängt. Und die werden, ja, überwiegend die Standard-Debs programmieren, ob es ein Dex ist, ob es ein Landing-Protokoll ist und so weiter. Also es ist von einer Handvoll Entwicklern abhängig. Joiner auf jeden Fall in meine Telegram-Gruppe, da habe ich nochmal eine komplette Auswertung über SUI soweit angestellt. Und du siehst hier die unterschiedlichen Sprachen, wie sie aktuell funktionieren, wie eigentlich der Konsens-Algorithmus dahingehend auch ausschaut. Und by the way, wusstest du, dass SUI deflationär ist? Und all das wirst du auch in dieser Analyse Coin-Altcoin-Insights herausfinden. Joine dazu in meine Telegram-Gruppe, würde mich wie immer supporten und auch freuen. Also, was ist eigentlich mein Fazit? Mein Fazit ist einfach, und zwar meiner Meinung nach braucht SUI definitiv noch einen weiteren Zyklus, um überhaupt etablierter zu werden, um neue User anzuziehen, um Entwickler von Rust oder Solidity hinüber auf die Programmiersprache Move zu migrieren, um auch Zeit vergehen zu lassen, um richtig gute Killer-Debs-Anwendungen auch soweit zu entwickeln. Und ich denke, wir haben in Zukunft sehr, sehr starke Narrative. Geht es um KI oder auch um D-Pin, werden Blockchains, die eine hohe Transaktion die Sekunde gewährleisten, auch nachweislich schneller sind als andere Blockchains, immer wichtiger werden. Und es wird nur eine Frage der Zeit werden, bis SUI da auch seinen Erfolg soweit hat. Aktuell ist es so, dass SUI mehr von Hype überlagert wird, als von den tatsächlichen Mehrwerten, wenn wir auf die unterschiedlichen KPIs soweit blicken. Denkt daran, dass eine Blockchain häufig genutzt werden muss, um wertiger zu sein und nicht kurzzeitig einen Solana in den Transaktionen überholen muss, um überhaupt den Preis, den jetzt SUI hat, überhaupt zu rechtfertigen zu können. Ich persönlich investiere noch nicht in SUI, aber es ist ein ebenbürtiger Nachfolger. Und wenn es tatsächlich SUI schafft, nicht nur theoretisch, sondern auch praktisch, eine höhere TPS zu gewährleisten als Solana, dann denke ich in Anbetracht der DEPEN und auch KI-Narrative, dass wir mit SUI eine wunderbare Zukunft haben werden. Aber ich persönlich werde noch einen Zyklus abwarten, um überhaupt sicherzustellen, dass all diese Punkte, die ich angesprochen habe, dann auch wirklich erfüllt werden. Wie ist eigentlich deine Meinung? Schreib das unten in die Kommentare. Wir sehen uns morgen wieder. Mach's gut. Bis dahin. Ciao, ciao.